Fitness mit Marc Folge 313 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Herr Myers-Briggs würde ihn mit INTJ ansprechen. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de In der heutigen Folge reden wir viel über das Training. Es geht um Kampfsport, konkret ums Kickboxen, ums Boxen, aber auch um die mentalen Zusammenhänge dahinter. Und dafür habe ich mir jemanden ganz Besonderes hier eingeladen ins Studio. Und zwar niemand geringeren als den fünffachen Weltmeister im Kickboxen. Davon viermal im Profi-Kickboxen und einmal im K1-Boxen. Er ist außerdem, als wäre das nicht genug, auch noch Europameister im Profi-Boxen geworden. Ist 1,78 groß, wiegt mittlerweile 76 Kilo bei einem damaligen Kampfgewicht von 72,5 Kilo. Hamburger, wie ich, deswegen machen wir das Ganze hier auch vor Ort. 35 Jahre alt, gebürtiger Deutschrusse. Hauptberuflich ist er Polizist und kümmert sich um die Nachwuchsgewinnung in der Hamburger Polizei. Hat mit seinen glänzenden Erfolgen in seiner Karriere auch herbe Rückschläge erfahren und die dann auch überwunden. Und genau darum geht es heute. Wir reden also viel über den Kampfsport, über das Kickboxen, über das Boxen, aber eben auch über die mentale Einstellung. Da ist er ein ganz besonderer Mensch. Das wirst du hören. Und wir reden auch über den Polizeidienst. Denn eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist die Frage, wie muss man sich vorbereiten, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Polizist zu werden. Und auch das ist ein Grund, warum ich mir diesen Gast jetzt mal eingeladen habe, da er nämlich nicht nur Leistungssportler ist, sondern auch Polizist, um auch da Fragen zu beantworten. Das heißt, wir reden also über Sport, wir reden über die Voraussetzungen des Polizeiberufs. Wir reden auch über die Sportprüfungen, die Polizisten hier in Hamburg meistern müssen. Und wenn du diese Folge hörst, dann empfehle ich dir auch dann, wenn du gar nicht vor hast, Polizist zu werden, hör dir das an. Denn die Prüfung, die die Polizisten meistern müssen, das ist auch eine wunderbare Prüfung für alle anderen von uns. Da geht es nämlich um Mobilität, es geht um Schnellkraft. Wir reden also auch über diese Mobilitätsprüfung und was man da konkret machen kann. Da gibt es ganz interessante Tipps, die jeder von uns nutzen kann. Und die heutige Folge ist sehr vielfältig und ihr empfehlt ja, bleibt dran. Da ist ganz schön viel Stoff drin und viel an unsichtbaren Skripten. So und jetzt steigen wir ein in die heutige Folge mit Dima Weimar, dem fünffachen Weltmeister im Kickboxen. Bis gleich. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Brain Effect stellt Performance Food her, also Lebensmittel, die dich bei deiner Zielerreichung unterstützen sollen. Wenn es zum Beispiel um Regeneration, um mehr Energie, Schlafqualität oder einfach Fokus im Job geht. Die Produkte sind von Ernährungswissenschaftlern entwickelt in Zusammenarbeit mit Athleten und das Motto ist Eat, Perform, Sleep. Praktisch und ziemlich lecker finde ich Night Mode. Das ist der vegane Performance Shake von Brain Effect. Und den mache ich mir ab und an mal abends, wenn ich keinen Bock mehr auf Kochen habe, aber Lust auf einen leckeren Late Night Snack. Das ist so ein veganer Shake, also es ist Pulver mit viel Protein und Ballaststoffen und das Ganze ergibt dann einen cremigen Schoko-Kokos-Geschmack. Und vor allem, weil das Produkt vegan ist, ist es einzigartig, weil es ziemlich lecker ist. Das Ganze ist zuckerfrei, da ist noch so ein Nighttime Blend mit Schlafbeere, Passionsblume und Zitronenmelisse. Das Ganze macht überhaupt keinen Zeitaufwand, ist in einer Minute zubereitet, ratzfatz. Ich mache das Ganze meist mit Mandelmilch, schmeckt aber auch mit Wasser ganz gut und gibt dann so eine cremig leckere Konsistenz. Ja und wenn du so einen Standmixer hast, dann kannst du auch Tiefkühlobst dazugeben, den Night Mode dazu, bisschen Mandelmilch aufshaken und dann hast du sogar, wenn du Tiefkühlobst nimmst, so eine Art Protein-Eis. Das ist ziemlich lecker abends, so als Snack. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du 20% Ermäßigung auf alle Brain Effect Produkte. Also schau dich einfach mal um im Brain Effect Shop und die 20%, die bekommst du, wenn du beim Checkout den Code FMM20 eingibst. Also FMM wie Fitness mit Marc 20. Ja, heute bei Fitness mit Marc, Dima Weimar. Moin Moin Dima. Moin Marc, grüß dich. Wie war deine letzte Trainingseinheit? Ja, meine letzte Trainingseinheit war intensiv, wie eigentlich alle meine Trainingseinheiten. Gestern waren Beine auf dem Programm und zwar angefangen mit Kniebeugen, gefolgt von Ausfallschritten. Cool, also ein klassisches Krafttraining. Genau. Du bist ja Boxer und Kickboxer. Ist das auch noch in dein Training irgendwie integriert? Ja, ich implementiere immer Boxer und Kickboxer-Einheiten in mein Training. Gestern angefangen mit Kniebeugen, dann Ausfallschritten und zum Schluss waren noch 20 Minuten lockeres Schattenboxen auf dem Programm, wo ich dann die Lockerungseinheit mit den Kickbox-Elementen verbunden habe. Ah, okay. Das heißt, da hast du wahrscheinlich so eine Stunde trainiert oder wie lange war dein Training? Genau, alles zusammen war ich bei einer Stunde knapp. Ja, okay. Und wie häufig trainierst du die Woche? Also ich trainiere drei bis vier Mal die Woche. Das reicht dann auch, denn ich gestalte die Trainingsseinheiten so intensiv, dass ich danach dann grundsätzlich einen Tag Pause benötige, so wie heute. Okay. Was bedeutet eigentlich der Sport für dich? Boxen, Kickboxen? Und wie bist du auch dazu gekommen? Also der Sport hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben, denn der hat mich dahin geführt, wo ich heute stehe, egal ob privat, beruflich oder auch sportlich, die Erfolge, die ich verzeichnen konnte. Denn ich finde, der Sport gibt dem Leben einen Sinn, gibt dem Ganzen einen Sinn, Regeln und so war das auch bei mir. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, war hier erstmal in der Außenseiterrolle und habe dann hier auch Deutsch gelernt, habe mich integriert mit der Zeit und als Sport, hat mir bei der Integration geholfen. Wo kommst du denn gebürtig her? Also ich komme gebürtig aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Uzbekistan, bin sogenannter Deutsch-Russe, bin mit neun Jahren hergekommen, habe die Sprache gelernt, bin eingeschult oder bin hier zur Schule gekommen und bin, sage ich mal, mit Gleichgesinnen aufgewachsen, die auch herkommen sind, auch kein Wort Deutsch kannten. Und da, sage ich mal, Schule stand dann nicht auf Platz 1. Und ja, der Sport hat mir dann diesen Leistungstrieb vermittelt, den ich dann überall, auch in der Schule, angewandt habe. Das heißt, du sprichst aber auch fließend Russisch? Genau, das ist meine Muttersprache, die spreche ich fließend. Sag doch mal einen Gruß, irgendeinen Gruß an die Sportler da draußen, die auch Russisch sprechen. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber es klang sehr gut. Führ uns da nochmal durch. Du bist also mit dem Sport gestartet und das hat aber auch deine andere Lebensbereiche beeinflusst. Wie kam das? Ja, ich bin, wie gesagt, mit neun Jahren hier eingeschult worden, in die dritte Klasse oder in die Schule gekommen und hat mir nicht viel auf Schule gemacht. Mit Kumpels rumgehangen, als Junge sowieso viel Quatsch gemacht. Und mit zwölf Jahren war das ein Zufall, da bin ich zum Karate gekommen. Und zwar die Clique, in der wir rumhängen mit den ganzen Jungs, hat einen Kampfsportfeind gesucht. Ich kannte einen, das war damals HNT. Und da sind wir zum Karate gekommen. Und irgendwie ein halbes Jahr später war ich der Einzige, der noch übergeblieben ist. Während meine ganzen Kumpels alle abgesprungen sind, sind wir noch mit zwei, drei Jungs übergeblieben. Und so bin ich dann zum Karate gekommen. Und von heute auf morgen hat sich mein Leben verändert, weil ich Sport für sehr wichtig empfand. Das half mir, besser zu werden. Im Leben auf geregelte Bahnen zu kommen. Und das habe ich dann auf die Schule, auf mein gesamtes Leben projiziert. Und wollte dann überall der Beste sein. Nicht nur im Sport, in der Schule, im Leben, überall. Karate war das. Du bist ja dann zum Kickboxen gekommen. Hast da auch mehrmals den Weltmeistertitel abgeräumt. Mehr geht ja nicht. Das hat geklappt. Ja, das hat geklappt. Und wie bist du dann vom Karate zum Kickboxen gekommen? Das war auch eigentlich ein reiner Zufall. Mein damaliger Trainer hat den Verein verlassen und ich mit ihm mit. Und weil ich bei ihm trainieren wollte. Und er wollte mich nur die Sommerferien über bei seinem Freund Wolfgang Gier im Gym Quan unterbringen. Und damals hat sich Evgeny Bellow auf die Weltmeisterschaft in Italien im Kickboxen vorbereitet. Und ich diente ihm eigentlich nur als Sparringspartner. Und nach der ersten Sparringsseinheit kam Wolfgang zu meinem Trainer und sagt, Du, den Jungen kaufe ich dir ab. Der wird eine gute Karriere im Kickboxen machen. Und mein Trainer hatte damals die Größe und hat gesagt, Du, ganz ehrlich, wenn der Junge hier bleiben will, dann soll er das doch. Und so bin ich mit 17 beim Kickboxen, zum Kickboxen gekommen und beim Kickboxen geblieben. Und wann hast du mit dem Karate angefangen? Mit 12 habe ich mit dem Karate angefangen. Und genau, kurz vor der Schwarzkurtprüfung habe ich dann mit Karate aufgehört. Und bin zum Kickboxen gewechselt und habe drei Monate später schon meinen ersten Kickboxkampf gemacht. Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt gar nicht so viel mit Kickboxen anfangen können oder gar nicht so wissen, was ist das für eine Sportart. Wer Sport im Fernsehen verfolgt, der sieht eher mal einen Boxwettkampf. Zumindest als die Klitschkos noch geboxt haben, da war das halt Gang und Gebe. Kickboxen eher ungewöhnlich. Was ist das für eine Sportart? Vielleicht auch versus Boxen, wo sind die Unterschiede? Kickboxen beinhaltet alle Elemente des Boxens plus die Fußtechniken dazu. Sprich, es sind ganz normale Boxtechniken mit Fußtechniken. Das heißt, man darf die Beine mitverwenden, man darf treten auf die Beine, auf den Körper und auch zum Kopf. Und dass es Kickboxen bekannt und berühmt ist, Kickboxen hauptsächlich geworden, sagen wir mal durch Christine Theis überwiegend, genau durch die Steakus Fight Night, die ausgestrahlt wurde und zahlreiche andere Kickboxveranstaltungen. Aber man muss sich das so vorstellen, das sind quasi Boxen mit Beinen. Und man darf auch alles oder gibt es Dinge, die man nicht darf beim Kampf? Nein, es ist ein ganz klares Regelwerk, auch größer als beim Boxen, denn man darf mehr als beim Boxen. Ja, man darf mit den Beinen zutreten, aber auch da ist es wie im Boxen. Man darf nicht in Gelenke treten, man darf nicht in den Unterleib treten, man darf nicht greifen. Geht ja auch gar nicht, weil man Handschuhe anhat und man kämpft im Stehen. Also es geht nicht zum Boden, das wäre zum Beispiel das MMA, Mixed Martial Arts. Man kämpft auch schließlich im Stehen, sobald ein Gegner den Boden mit einem Körperteil, dritten Körperteil berührt, sprich Füße und Hand, weil man sich abkniet oder mit dem Knie, dann wird er sofort angezählt. Ach so, und dann ist, wenn er nicht sofort wieder aufsteht, wäre dann die Runde zu Ende, zugunsten des anderen. Genau, wie beim Boxen bis 10, man zählt maximal bis 10, dann ist der Kampf vorbei. Oder der Ringrichter kann absehen, dass derjenige nicht mehr wieder hochkommen wird, dann wird der Kampf vorzeitig abgebrochen. Was macht für dich die spezielle Faszination des Kickboxen aus? Du sagtest ja, dieses sich auch mit anderen messen, diese Motivation, hey, ich möchte hier gerne gewinnen, dass dich das total begeistert, merkt man ja. Das hat man ja auch in anderen Sportarten. Was ist es speziell, was dich am Kickboxen reizt oder auch am Boxen? Also das Boxen und vor allem Kickboxen ist ein ganzheitlicher Sport. Also man trainiert den ganzen Körper. Während man im Boxen überwiegend den Oberkörper trainiert, weil man nur mit den Händen zuschlägt. Klar bewegt man sich mit den Beinen und die Beinarbeit ist wichtig, aber beim Kickboxen ist es noch effizienter, weil man viel größere Muskelgruppen einsetzt, die Beine, was mit die größeren Muskelgruppen im menschlichen Körper darstellt. Und somit ist es ein viel effizienterer Sportart, denn ich habe ja mit 12 mit Karate angefangen, mit 14 kamen Boxen dazu. Und als ich dann, ich war immer sehr leistungsstark, sehr koordinationsstark und physisch stark, bis ich zum Kickboxen kam und gesehen habe, dass ich noch viele, viele Defizite habe, weil das nochmal ein wesentlich anstrengenderer Sportart ist, weil man die Beine mit einsetzt und sehr effektiv nutzt. Somit ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Energieaufwand, den man betreiben muss, um da effizient zu sein. Ja, ich hatte, ich glaube, zwei Jahre ist das ja, hatte ich mal das Glück, da sind wir uns nämlich schon mal begegnet in Thailand und da habe ich einen Kurs bei dir gemacht zum Kickboxen. Das war für mich das erste Mal, ich habe sowas noch nie gemacht und ich glaube, das ging eine Dreiviertelstunde oder so. Stunde während der Stunde. Und alter Schwede, also das war richtig einerseits anstrengend, also es war richtig anstrengend, ich habe selten so geschwitzt und gleichzeitig aber habe ich das nicht so wahrgenommen beim Training, weil du halt permanent gefordert bist mit dem Kopf. Also mir ging das so, dass ich gar nicht so wahrgenommen habe, die Erschöpfung, weil wir ständig da irgendwelche Übungen gemacht haben, anders als vielleicht bei anderen Sportarten. Das fand ich total faszinierend. Ja, das ist das Gute am Kickboxen, das ist halt nicht nur ein Haut-rauf-Sport, sondern das hat sehr viel mit Taktik, Technik zu tun und wie gesagt, das Köpfchen sollte schon mit eingeschaltet sein, sonst wird man nicht besonders erfolgreich. Ja, das bringt mich auch gleich zu so einem gängigen Klischee. Kickboxen oder auch generell viele Kampfsportarten haben ja so diese Aggro-Image. Also ich bin sicher, dass du das wahrscheinlich nicht jedes Jahr oder jede Woche dich mit diesen Klischees konfrontiert siehst. Aber was ist denn da dran? Also sind die Kickboxer, sind das alles Aggros? Nein, definitiv nicht. Klar, es war Jahrabhängig. Ich glaube, in den 90ern galt Boxen zunächst als eine Randsportart, dann kam Kickboxen dazu, dann war es das, die Neuen Bösen, bis es das Mixed Martial Arts kam. Und ja, es ist ein Vorteil, dass Boxer oder Kickboxer, das sind alles unterbelichtete, stumpfe Menschen, die einfach nur Haut-rauf-Typen sind, was absoluter Quatsch ist. Es gibt genug Paradebeispiele, hochintelligente Menschen, die aus dem Kampfsport kommen oder aus dem Kampfsport, sagen wir mal, Doktortitel erlangen haben oder, oder, oder. Denn, wie gesagt, der Kampfsport und auch der Kickbox-Sport, das ist nicht nur stumpfes Draufgehau, das hat sehr viel mit Taktik im Ring zu tun, Technik, Ringaufteilung und wie gesagt, wie führe ich meinen Kampfstil und, und, und. Das hat auch sehr viel mit Führung zu tun. Also, man kann zum Beispiel, ich habe auch Seminare gegeben, da hatte ich meine Gruppe aus Holland von Managern, da hatte ich ein Seminar gegeben, theoretisch und praktisch anhand eines Boxstiles kannst du zum Beispiel erkennen, was einer für einen Führungsstil inhat. Ist das eher so ein Typ, der nach vorne geht, der der Macher ist, ist das eher der abwartende, ruhige Typ, ist das ein Konterboxer und das hat enorme Auswirkungen auf deinen Führungsstil. Also, anhand eines Boxstiles kannst du nicht eins zu eins, aber grobe Eigenschaften erkennen, wie wohl jemand ein Team führen würde und das kannst du anhand des Kampfstiles einer Person ausmachen. Also, die Persönlichkeit eines Menschen spiegelt sich auch im Kampfstil wieder. Definitiv, in die Auswahl seiner Kampfsportart, ob er eher zum Kickboxen tendiert oder eher zum Judo, da fängt das an und dann genau in der Auslebung seines Kampfstils. Ist es eher einer, der nach vorne geht, der den Kampf sucht oder ist es einer, der ein Konterboxer ist, der an den Seilen sich hängen lässt und wartet, dass er Gegner kommt und nur noch reaktiv arbeitet. Und das spiegelt sich stark in der Persönlichkeit und dann auch im Führungsstil einer Person wieder, ja. Und wie würdest du dich da einordnen? Also, ich bin definitiv einer, der nach vorne geht, der den Kampf sucht, der selber die Entscheidung trifft und sich immer den Sieg erkämpft und unabhängig von der Handlung des Gegners. Also, ich bin definitiv kein Konterboxer und das zeigt auch eine, ich will nicht sagen Schwäche, aber eine meiner Eigenschaften. Ich bin relativ geduldlos, ich habe sehr wenig Geduld und das sieht man auch in meinem Kampfstil. Ich bin immer nach vorne gegangen, habe immer den Kampf gesucht und wollte mir immer den Sieg erkämpfen durch meine Fähigkeiten, durch meine Eigenschaften und weniger durch die Schwächen des Gegners. Du bist ja nicht nur Kampfsportler, sondern auch Polizist. Wir waren eben, glaube ich, bei, da warst du 17 Jahre alt stehen geblieben, als du zum Kickboxen gekommen bist. Wie bist du denn dann zur Polizei gekommen? Ja, auch das war ein reiner Zufall, den ich meinem Sport oder meiner Leidenschaft zum Sport zu verdanken habe. Ich habe mein Abi gemacht mit 19. Kurz vorher habe ich mir schon Gedanken gemacht, was machst du danach, wie geht es weiter? Und auch mein Abi habe ich nur gemacht, weil ich weiterhin Sport machen konnte. Meine Kumpels, die sich für die Ausbildung beworben haben, wussten, mussten im Schichtdienst arbeiten und konnten nicht mehr das Training wahrnehmen. Also habe ich damals nur Abitur gemacht, weil ich weiterhin geregelt zur Schule gegangen bin und abends trainieren konnte. Und dann hatte ich mir einen Beruf gesucht, mit dem ich meinen Sport weiterhin ausleben konnte und wollte. Und eigentlich wollte ich zur Bundeswehr mich verpflichten lassen, um dort Sport zu studieren. Dann habe ich aber erfahren, dass ich hätte nach Köln gehen müssen zur Sportunie und das kam für mich nicht in Frage. Mein Lebensmittelpunkt war Hamburg. Ich liebte die Stadt, meine Familie war da, meine Freunde, mein Sport war in Hamburg. Und das kam für mich nicht in Frage, die Stadt zu verlassen. Und ein Trainingskollege, mit dem ich trainiert habe, der war beim Kommando, also beim SEK in Schleswig-Holstein, der hat mir den Tipp gegeben, wenn du zur Polizei gehst, kannst du auch da Sport studieren. Was so nicht stimmte und das war damals der Grund, warum ich mich bei der Polizei Hamburg beworben habe. Das war auch die einzige Bewerbung, die ich damals losgeschickt habe. Und es hat dann am Ende geklappt. Und obwohl ich nicht Sport bei der Polizei Hamburg studiert habe, habe ich den Job angefangen, habe die Leidenschaft zum Polizeiberuf entdeckt und kann mir heute nichts anderes mehr vorstellen. Du hast auch neben deinem Job als Polizist weiterhin ja den Sport machen können. Und in die Zeit fallen ja auch deine Weltmeistertitel. Weil auch in der, das muss man glaube ich noch dazu sagen, nicht nur Amateur, sondern das sind halt Profikämpfe gewesen, wo du dann halt auch Weltmeister geworden bist. Stell ich mir ehrlich gesagt schwierig vor, so neben, also Polizei ist ja jetzt auch kein 9-to-5-Job, sondern ist häufig mit Schichtdienst und so weiter. Wie hat das denn geklappt? Also stimmt, ich habe alle meine Weltmeisterschaftstitel erlangt, seitdem ich bei der Polizei Hamburg bin und auch diese verteidigt. Ich hatte das große Glück, ich bin nach der Ausbildung in die Landesbereitschaftspolizei gekommen. Da habe ich auch meinen ersten WM-Titel geholt und die Landesbereitschaftspolizei muss stets fit sein. Die ist im Einsatz und da ist es zum Beispiel, dass der Dienst zunächst mit zwei Stunden Sport beginnt. Und da ich auch Sportübungsleiter war und für den Sport verantwortlich, hatten meine Kolleginnen und Kollegen das Glück immer das machen zu dürfen, was gerade auf dem Trainingsplan stand. Also ich habe zweimal am Tag trainiert, einmal bei der Arbeit und einmal dann im Gym mit meinem Trainer. Lohls Burmeister und so war das dann, dass wenn wir den Spätdienst hatten, morgens bin ich zur Arbeit gefahren. Dann stand Sport auf dem Programm und dann je nachdem, ob wir Kraft oder Ausdauer auf dem Programm hatten, haben wir das mit allen Kolleginnen und Kollegen gemacht, die das immer tapfer mitgezogen haben. Und nach dem Dienst bin ich dann abends noch ins Gym gefahren, wo wir dann die Kickbox-Einheiten hatten. Und so bin ich dann auf meine zwei Einheiten am Tag gekommen. Das ist ja der Lux. Da muss ich auch sagen, dass in den zwei Jahren, die ich Zeitsoldat war, habe ich auch das sehr genossen, dass ich während der Arbeitszeit Sport machen konnte. Und ist das als Polizist auch so, dass ihr während der Dienstzeit auch Sport machen könnt und dazu auch angehalten seid? Oder kommt das auf den Einsatzbereich an? Ja, ganz klar. Denn wir haben die gesunde Erhaltungspflicht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir gesund bleiben. Und das ist auch die Erwartung des Bürgers. Denn der Bürger erwartet, dass wir fit sind, dass wir so einen Einsatz so halten. Und das typische Beispiel, wenn einer eine Handtasche klaut, dass wir hinterherlaufen. Dafür müssen wir uns natürlich fit halten, auch im Dienst. Und das hängt ganz klar von der Einladung ab. Ich sage mal, wenn ich in der Bereitschaftspolizei bin oder im Kommando beim SEK, MEK, mache ich mehr Sport, als wenn ich irgendwo im Indienst bin, wo ich, sagen wir mal, weniger Sport mache. Aber auch da bin ich angehalten, mich gesund zu halten und regelmäßig Sport zu treiben. Und das auch in der Dienstzeit. Das heißt dann Dienstsport. Habt ihr da denn auch Sportstätten, wo ihr das machen könnt? Genau. Wir haben Sportstätten, wo regelmäßig Dienstsport angeboten wird. Verschiedene Arten über Schwimmen, Laufen, Tabata, Volleyball, Fußball und sämtliche Einheiten, wo wir im Dienst auch die Möglichkeit haben, Dienstsport wahrzunehmen. Jetzt ist natürlich der Weg, um überhaupt Weltmeister zu werden. Das ist ja ein unglaublicher Berg, den man da hoch muss. Wie wird man das? Wie hast du das hingekriegt, nicht nur einmal, sondern insgesamt fünfmal einen Weltmeistertitel abzuräumen? Also am wichtigsten ist dabei die Motivation. An halt der Markformel gehalten, das M, das steht ganz weit oben. Also man muss es wollen. Ich wollte von klein auf, ich erinnere mich an Zeiten, da war ich noch beim Karate, da war ich vielleicht 13, 14, wo ich Joggen war, Laufen war, Sport gemacht habe. Und im Kopf habe ich mir immer den Satz gesagt, ich werde Weltmeister. Und zum Glück habe ich mir damals nicht gesagt, ich werde Karate-Weltmeister. Und das hat sich so manifestiert, dass ich später in die Sportart gewechselt habe. Und ich wollte der Beste in der Sportart sein, die ich betreibe. Und wie gesagt, das war, ich habe mit 12 mit Karate angefangen, mit 14 kann Boxen dazu, mit 17 an der Wechsel zum Kickboxen. Und das erste Mal Weltmeister bin ich mit 25 geworden. Und das letzte Mal mit 28, wo ich meinen Titel verteidigt hatte, das ist ein langer Weg ohne Frage. Und man muss es wollen und man muss bereit sein, Opfer zu bringen. Das ist kein entspannter Weg. Ich sage euch jetzt nicht in den Gym, ich werde morgen Weltmeister. Nein, also mein ganzes Leben hat sich an dem Sport orientiert. Das, was ich esse, was ich esse, wann ich es esse. Auch das ganze Sozialleben. Also ich war ein soziales Wrack, ein Ego-Tuber, der nur auf Sport aus war. Also alle Familienfeiern haben sich dann darauf ausgerichtet, wann das Training vorbei ist. Und an Weihnachten hat die Familie auch so lange gewartet, bis die mal abends vom Training kam. Denn vorher stand Training auf dem Programm. Und dann, genau, gab es den Weihnachtsbraten erst im Anschluss. Also der Sport war erstmal auf Platz 1 und alles andere reihte sich dann hinten an. Außer natürlich mit dem Beruf. Mit der Polizei konnte man das sehr gut verbinden, sehr gut kombinieren. Die Polizei hat das stets unterstützt. Und mein Wehregang als Sportler, und ich konnte das sehr gut kombinieren mit den Einheiten, wo ich war, dass ich dann im Dienst einen Teil des Sports absolviert habe und hinterher den zweiten Teil beim Kickboxen. Aber allem voran war der Wille, Weltmeister zu werden. Hast du da, wenn du so rückblickend, vielleicht bewusst oder unbewusst, das finde ich faszinierend, dass du schon in so jungen Alter dir das selbst gesagt hast, weil das ist ja eine Programmierung. Hast du sowas dann auch weitergemacht? Also dass du halt, wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen über Ziele gesprochen, Ziele visualisieren, so bestimmte mentale Techniken angewandt hast. Manchmal macht man das ja auch unbewusst, weil man sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat. Aber meine These ist immer, ohne funktioniert das gar nicht, dass man Ziele erreicht. Was genau hast du da gemacht? Also da gebe ich dir auch 100% recht. Ich war und bin ein Visionär. Ich hatte, man braucht immer Wünsche, Träume, Ziele. Das ist ganz wichtig im Leben, egal ob im Sportlichen. Das, was ich im Sportlichen erfahren habe, habe ich dann auf meinen Beruf und Privatleben übertragen. Und ich hatte auch viele Bücher gelesen über mentales Coaching, das Universum, erkennt keine Grenzen und wie die Bücher alle heißen. Und da, ich habe mir zum Beispiel auch Karten gemacht. Ich habe mir meine Stärken aufgeschrieben, ich habe mir meine Wünsche aufgeschrieben, die lange am Nachttisch, was werde ich? Ich habe mir nie aufgeschrieben, was will ich werden? Nein, was werde ich? Und für mich war klar, ich werde Weltmeister. Und für mich war nicht klar, wann, aber das Ziel stand für mich fest, ich werde Weltmeister. Und ich habe mir einen Zeitplan gemalt oder wie gesagt, einen Plan, was muss ich dafür erfüllen? Und ich habe mich immer auf meine Stärken fokussiert und auch an den Schwächen gearbeitet. Aber ich war hauptsächlich auf meine Stärken fokussiert, was gut läuft, was gut funktioniert, auf meinem Weg zum Weltmeister, was für mich nur eine Frage der Zeit war. Mehr Sicherheit kann eigentlich nicht in der Stimme sein. Hattest du diese Sicherheit auch schon bevor du das erste Mal Weltmeister geworden bist, dass du das hinkriegst? Wie du hörst in der Stimme, also die Sicherheit, nein. Ich wusste nicht, ich werde irgendwann Weltmeister. Ich wusste nicht, wann das sein wird. Aber ich habe auch zum Beispiel vor meinem Weltmeisterschaftskampf, also du gehst ja auch alles im Kopf durch. Ich bin auch ein Typ, auch heute, wenn ich einen Geschäftstermin habe oder wie auch mal einen privaten Termin, von dem, was abhängt, visualisiere ich diesen. Ich gehe diesen im Kopf durch. Klar gibt es immer wieder Abweichungen, aber ich gehe im Kopf durch, habe immer das positive Ziel vor Augen, wie es am Ende für mich wird. Wie ich es haben möchte, so wird das auch. Und das gehe ich im Kopf immer wieder durch, sodass ich es für mich festsetzt, kopfmäßig. Und da gibt es auch keine Alternative. Also ich brauche keinen Plan B, denn jeden Gedanken, den ich in den Plan B verschwende, investiere ich in meinen Plan A. Der wird eintreten, vielleicht ein bisschen anders. Und ich habe mir damals Kärtchen gemalt, geschrieben und meinen ersten WM-Kampf, weiß ich noch ganz genau, den bin ich im Kopf durchgegangen. Und der hörte erst auf, als ich in Gedanken auch oben im Ring stand und den Gürtel hochhing. Und so lief das dann auch ab, denn es gab für mich keine Alternative. Ich wäre Weltmeister und das bin ich auch gedanklich durchgegangen. Bevor du zum Sport gekommen bist, hast du so, ich glaube im Vorgespräch haben wir es auch gesprochen, dass du eher so rabaukig unterwegs warst. Das ist jetzt eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber inwiefern fühlt sich das anders an, ob du jetzt in der Prügelreihe auf dem Schulhof verstrickt bist oder ob du dich, ich benutze jetzt auch mal das Wort, prügelst im Ring quasi als Sportler untereinander? Ja, das sind ganz klare Unterschiede. Im Sport gibt es ganz klare Regeln, nachdem man verfährt. Man agiert an bestimmten Maßnahmen, mit den vorgebenden Regeln und den Techniken, die vorgebend sind, ist ja nicht alles erlaubt. Während man auf dem Schulhof, sag ich mal, in eine Situation kommt, wo man vielleicht nicht gedacht hat, komm ich jetzt rein, auf meinen Kampf kann ich vorbereiten, auf einen Sparringskampf. Ich weiß, wann der ist, der ist zeitlich datiert, der kann mich mental darauf vorbereiten. Und so eine Stresssituation entsteht schnell aus dem Nichts und dann muss ich schnell agieren. Aber der Sport hilft jedes Mal in so einer Situation, denn ich finde, ein Sportler und ein Kampfsportler ist recht, hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und strahlt eine ganz große Selbstsicherheit aus, die oftmals gar nicht so in eine Stresssituation kommen wird. Ich werde immer wieder gefragt, wie oft hast du Kickboxen auf der Straße angewaut? Nicht einmal. Also ich finde, als Sportler, als Leistungssportler oder Kampfsportler strahlt man eine gewisse Energie aus, die mein Gegenüber gar nicht dazu verleiten lässt, sich auf eine Stresssituation einzuleiten. Und auch, ich sag mal, als Polizist strahlt man eine gewisse Selbstsicherheit aus und bei uns ist die Waffe das Wort. Wenn ich mich irgendwie auf der Straße prügeln muss oder als Polizist, dann ist im Vorfeld vieles, vieles schiefgelaufen, was nicht hätte so laufen sollen. Wie würdest du in so einem Wettkampf deinen mentalen State, also den Gefühlszustand, in dem du bist, beschreiben? Du sagtest, du bist eher ein ungeduldiger Mensch, aber beschreib das mal. Also ich muss sagen, meine erfolgreichsten Kämpfe habe ich mit meiner Einstellung absolviert, dass ich mich darauf gefreut habe. Je mehr ich mich auf einen Kampf gefreut habe, so auf der WM-Kampf, umso sicherer bin ich aufgetreten, umso effektiver war ich, umso besser. Wenn ich mich auf einen Kampf nicht so sehr gefreut habe, warum auch immer, weil ich vielleicht krank war, weil ich erkältet war, weil ich vielleicht zu viel Respekt vor dem Gegner hatte, weil er unzählige WM-Titel mitbrachte oder weil ich wusste, der hat dreimal so viele Kämpfe wie ich, dann war ich eher blockiert. Und wenn ich etwas gemacht habe, wenn ich einen Kampf gemacht habe, auf den ich mich sehr gefreut habe, dann war ich effektiv und war ich gut. Und wenn ich gemerkt habe, auf den Kampf freue ich mich jetzt nicht so sehr, dann wusste ich, oh, das wird schwer. Und dann kommt man in so eine Teufelsspirale, die immer tiefer geht, dann ist das schwer, da rauszukommen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich auch viele stellen, im Gegensatz zu anderen Sportarten. Wenn ich jetzt mal sage, so als Kraftsportler, da hantiert man zwar mit schweren Gewichten und wenn man länger trainiert, auch mit sehr schweren Gewichten, aber die Verletzung, das Verletzungsrisiko ist sehr niedrig. Also da gibt es ja auch Statistiken, dass gerade so im Kraftsport, klar kann man sich auch verletzen, aber im Vergleich zu anderen Sportarten ist das schon eine sehr verletzungsarme Sportart. Das ist ja jetzt beim Kickboxen anders. Hattest du nie irgendwie Angst, mal auf die Nase zu kriegen? Ich muss sagen, dass das ein Gefühl, was ich immer komplett ausgeblendet hatte, die Angst, und das hat mir geholfen, die Kämpfe zu bestreiten. Wenn ich heute wesentlich älter, wesentlich erfahren als Familienvater auf die Gefahren bedenke, die hätten eintreten können, dann hätte ich, glaube ich, nicht so effizient kämpfen. Und wenn ich mir meinen Arm angucke, siehst du ja, hier sind mir zwei Namen, die übergeblieben sind. Ich habe mir in meinem Kampf den Unterarm gebrochen. Elle und Speicher waren beide durch. Und seitdem, muss ich sagen, wurde man auch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ängstlicher, was sich auch hemmen kann. Vorher, ich habe nie an die Gefahren gedacht. Ich habe mich immer auf die positiven Seiten bestärkt. Ich werde den Kampf gewinnen, ich werde verletzungsfrei da rausgehen und, und, und. Und ich habe mich eigentlich weniger mit den Gefahren beschäftigt, zum Glück, als mit den positiven Seiten eines Kampfes. Ich habe nie daran gedacht, oh, du könntest verletzt werden, obwohl ich sämtliche Verletzungen von Kämpfen davongetragen habe. Ob es Nasenbeinbruch war, Sehnenabriss, oder ich habe zwölf Cuts im Gesicht, die man mehr oder weniger sieht. Aber sowas habe ich mir nie Gedanken gemacht, zum Glück. So, dass ich fokussiert auf den Kampf war. Und erst wesentlich später, so wie heute, rückblickend denke, oh, was hätte alles passieren können? Zum Glück habe ich nicht da einmal daran gedacht. Du hast ja mit 30 Jahren dann mit dem Profi-Kickboxen aufgehört und bist ins Profi-Boxen gewechselt. Wie kam das denn? Ja, das hatte viele Aspekte. Ich bin mit 29 an einer Krebserkrankung erkrankt, was völlig unverhofft und unvorgesehen kam, so ungefähr. Und im Kickboxen war ich bereits fünffacher Weltmeister. Und da gab es nicht viel Steigerung. Und ich hatte noch ein Ziel, einen Wunsch. Ich wollte mir neue Herausforderungen suchen. Und das Boxen hat für mich eine neue Herausforderung geboten. Und da konnte ich nochmal neue Ziele angreifen. Da wollte ich auch nochmal ein Ziel holen, was ich später auch geschafft habe. Und so kam das dann, dass ich einfach nur neue Herausforderungen gesucht habe. Und habe gedacht, wann, wenn nicht jetzt? Du sagst das so lapidar. Du bist ja Europameister geworden in Boxen. Und ich kenne jetzt beide Sportarten, weil ich die noch nicht aktiv betrieben habe, mit Ausnahmen solchen einzelnen Sessions mal. Für uns dann vielleicht nochmal durch, wo ist der Unterschied jetzt zwischen Kickboxen und Boxen? Sind die so sehr verwandt, dass man da einfach wechseln kann und dann trotzdem erfolgreich ist? Oder gibt es da auch größere Unterschiede? Ja, also Unterschiede. Der Hauptunterschied ist, dass man beim Boxen die Beine nicht einsetzen darf. Und im Kickboxen war eher meine Stärke das Boxen. Und ich sage mal, das Boxen bildet ungefähr zwei Drittel des Kickboxens. Also wenn du dir die Top-Profis anguckst, die im Kickboxen erfolgreich geworden sind, oder im K1, was das moderne Kickboxen ist, die kamen alle vom Boxen. Denn das Boxen ist die Basis vom Kickboxen. Und wenn ich ein guter Boxer bin, dann habe ich gute Chancen im Kickboxen. Oder umgekehrt, wenn ich ein schlechter Boxer bin, dann habe ich schlechte Chancen im Kickboxen. Und da meine Stärke auch im Kickboxen eher das Boxen war, fühlt mir das relativ leicht. Man hat auch einen anderen Stand. Ich sage mal, im Kickboxen steht man wesentlich höher, um die Beine einsetzen zu können, um blocken zu können. Und im Boxen steht man viel tiefer, weil man die Beine ja nicht braucht. Und das war eine gewisse Umstellung, die ich umsetzen musste, um meinen Stand zu verändern, mich tiefer hinzustellen. Denn die Beine habe ich da so nicht mehr gebraucht. Du hattest, als wir das erste Mal Kontakt hatten, hast du schon gesagt, du bist jetzt in deinem Traumjob als Polizist. Warum ist das dein Traumjob? Der Polizeiberuf ist mein absoluter Traumjob, weil er eine unglaubliche Facette bietet an Vielfalt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Job, in dem man so viele Möglichkeiten hat, wie ein Polizeijob. Ich habe 2005 bei der Polizei Hamburg angefangen und habe seitdem schon 5, 6 verschiedene Dienststellen durchlaufen. Und ich habe ungefähr 25 Berufsjahre noch vor mir und freue mich auf die Dienststellen, die noch kommen werden. Ich kann, sage ich mal, bei der Polizei Hamburg von der Wache über die Bereitschaftspolizei, über das SEK, MEK, Hundeführer, Reiterstaffel und, und, und viele verschiedene Einheiten wählen und viele verschiedene Berufe innerhalb des Polizeiberufs auswählen. Ich könnte als Lehrer an die Landespolizeischule, an die Akademie gehen, als Sportlehrer, wo ich meine sportlichen Tätigkeiten ausübe. Ich habe in meiner polizeilichen Laufbahn auch als Einsatztrainer und Sportübungsleiter war ich tätig. Und so bergt der Polizeiberuf in sich viele verschiedene Berufe, so dass ich nach meinen Stärken und Schwächen mir eine Dienststelle oder eine Einheit aussuchen kann oder anstreben kann. Das heißt, du kannst dann auch beliebig wechseln, wenn du bei der Polizei bist? Nein, so leicht ist das nicht. Es geht natürlich immer nach Bedarfen. A ist der Bedarf der Dienststelle. Die Dienststelle, wo ich hin möchte, muss Bedarfe haben. Das heißt, sie müssen Leute suchen und B müsste ich auch dafür geeignet sein. Denn man guckt auch bei der Polizei Hamburg, dass die richtigen Personen an der richtigen Stelle arbeiten. A muss die Stelle, also wie gesagt, die Dienststelle Person suchen und B muss sie dazu passen, ins Team passen, mit meinen Fähigkeiten passen und gegebenenfalls werden die Fähigkeiten dort ausgebildet. Das heißt, so ähnlich wie wir auch sonst im Beruf gucken, okay, ist eine Stelle frei, suchen die jemanden und dann bewirbst du dich drauf. Genau, genau. Ich bekomme häufig die Frage von Hörern oder auch von Lesern der Artikel beziehungsweise über Newsletter habe ich die Frage auch schon häufiger gekriegt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich dich jetzt hier neben mir stehen habe. Und das sind Menschen, die halt selbst auch gern Polizist werden wollen. Und die Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wie bereite ich mich auf die körperliche Prüfung, also die sportliche Prüfung vor? Vielleicht vorher, und da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wie wird man eigentlich Polizist? Ich sage mal, alle Polizisten haben eins gemeinsam, genauso wie Feuerwehrleute oder Krankenschwestern und Brüder. Man hat dieses genanntes Helfer-Syndrom. Man möchte was Sinnstiftendes tun, man möchte was der Gesellschaft wiedergeben. und man wird nicht Polizist, wenn man unbedingt einfach nur reich werden will und Geld verdienen will, dann macht man andere Sachen. Wenn man aber sagt, ich möchte was Sinnhaftes tun, was mich erfüllt, dann landet man sehr schnell bei der Polizei. Und wenn man dann sagt, ich will die geilste Stadt aussuchen, dann landet man bei der Polizei Hamburg. Also wir haben viele Zuhörer aus Berlin und München und den anderen Städten. Also komm nach Hamburg. Genau, die anderen Städte sind natürlich auch sehr schön. Ich kann natürlich nur für meine Traumstadt sprechen. Das ist meine Wahlheimat Hamburg. Jetzt gibt es ja auch viele Vorurteile über einen Polizeiberuf. Ja, wie so gut wie jede Behörde ist die Polizei auch immer mal wieder in der Presse. Gibt es denn so Vorurteile oder so, mit denen du dich konfrontiert siehst, die dich ja auch immer so ein bisschen nerven? Ja, der Klassiker ist natürlich auch, ihr könnt ja zu schnell fahren und ihr kriegt ja keine Tickets, wenn ihr falsch parkt und dann machen die Kollegen doch was klar. Nein, ich kriege ganz genauso ein Ticket, wenn ich zu schnell fahren sollte oder wenn ich falsch parke, dann muss ich das Ticket genauso bezahlen. Und im Gegenteil, Polizisten werden sogar doppelt so hart bestraft, wenn ein Polizist mal eine Straftat begehen sollte, was zum Glück nicht so vorkommt, dann wird er nicht nur strafrechtlich belangt, sondern auch disziplinarrechtlich. Weil wir haben eine Wohlverhaltenspflicht und wenn wir eine Straftat begehen oder eine schwere Ordnungswidrigkeit, dann verstoßen wir dagegen und dann kriegen wir die doppelte Strafe. Also wir werden doppelt so hart bestraft und da lässt keiner ein Ticket fallen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Hast du denn schon mal ein Ticket gekriegt, wegen zu schnell fahren? Natürlich, also ich schließe mich da nicht von aus und ja, klar, auch mir passiert das mal ausnahmsweise, dass ich eilig irgendwo hinfahren muss zum Termin oder wie auch immer und mein Zeitmanagement vielleicht nicht gerade super getimed habe oder vielleicht mal falsch parke, weil ich in der Innenstadt keinen Parkplatz finde oder irgendwie zum Termin eingeladen bin oder irgendwie zum Termin bin und ich jetzt schnell einen Parkplatz finde und mein Auto irgendwo abstelle, wo ich das nicht hätte machen dürfen und wieder kaum ein Knöllchen dran habe. Dann ist das so, aber dann habe ich die, dann frage ich die Verhandlung, denn das ist die Ursache dafür, dann zahle ich das und dann ist gut, aber dann meckere ich nicht darüber. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Polizisten aus? Also einen guten Polizisten macht in erster Linie aus, dass er ehrlich ist, dass er offen ist, dass er teamfähig ist und dass er psychisch und körperlich belastbar ist. Das sind so die Kernpunkte, die einen Polizisten ausmachen. Woher weiß man denn, ob man gut körperliche Belastbarkeit lässt sich trainieren, mentale Belastbarkeit lässt sich auch trainieren oder nicht? Wie siehst du das? Auch die mentale Belastbarkeit lässt sich trainieren, was auch viel mit Erfahrungswerten eine Rolle spielt, aber da finde ich, ist die Akademie der Polizisten Hamburg sehr gut aufgestellt, dass die jungen Anwärter und Anwärterinnen und Anwärter gut darauf vorbereitet werden, auf die Belastung, die einen im Dienst erwarten können. Und auch erwarten, denn ich muss auf diesen Job vorbereitet werden und vorbereitet sein. Ich sage mal, wir haben auch viele Bewerber, die vom Land kommen, jetzt ohne in Schubland zu denken, die vielleicht sich dessen gar nicht bewusst sind, was für Gefahren eine Stadt, das Leben einer Stadt mit sich bringt oder welche Herausforderungen eine Stadt mit sich bringt. Und wenn ich das erste Mal dann darauf treffe, dann ist es gut, wenn ich darauf zumindest theoretisch vorbereitet bin. Ja, die Frage, die ich eben häufiger schon gestellt bekommen habe, ist, wie bereite ich mich jetzt auf die Einstellungsprüfung vor? Für diejenigen, die zuhören, wo die entweder selbst überlegen, sich also dem Polizeiberuf zu widmen oder die vielleicht Kinder haben, die das überlegen. Welche Leistungen muss man denn da erfüllen? Also als erstes, es gibt einen zweitätigen Einstellungstest bei der Polizei Hamburg. Am ersten Tag erwartet die Bewerber ein Diktat und ein kognitiver Leistungstest. Ich habe noch mal kurz eine Rückfrage. Jetzt hören ja auch viele außerhalb von Hamburg zu. Ist das ähnlich in den anderen Bundesländern oder gibt es da ganz unterschiedliche Voraussetzungen? Weißt du das? Ähnlich, aber jedes Bundesland hat seine eigenen Einstellungsvoraussetzungen und Einstellungstests. Denn Polizei ist Ländersache. Somit hat jedes Bundesland seine eigenen Gesetze und Regeln, was die Einstellung betrifft, die Einstellung stellen. Und ich kann eigentlich nur für Hamburg sprechen, weil ich Einstellungsberater der Freien Hansen Stadt Hamburg bin. Okay, das heißt, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel. Und ich behaupte einfach mal, vom Grundsatz her wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein, aber man sollte sich dann schon informieren. Genau, die Einstellungen sind sehr, sehr ähnlich. Aber man muss natürlich immer in dem jeweiligen Bundesland, indem man sich bewerbt, einzeln auf die Voraussetzungen des Landes eingehen. Das ist wichtig. Du hattest gesagt, okay, es gibt ein, was war das, ein Diktat? Genau, das ist das Erste, was man erwartet. Am ersten Prüfungstag, in Hamburg hat man zwei Prüfungstage, am ersten Tag erwartet ein Diktat und ein kognitiver Leistungstest. Und das ist gar nicht so leicht, wie sich das viele denken. Ach, ein Diktat, was soll's? Also wir haben auch viele, viele Leute, die, sagen wir mal, mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, die zu uns zum Diktat kommen und dann durchfallen und sie das nicht erklären können. Man muss sich vorbereiten. Das ist das A und O. Sowohl auf das Diktat als auch auf den kognitiven Leistungstest. Und da bieten wir super Tests bei uns auf der Internetseite, karriere-polizei-hamburg.de. Da haben wir Übungsdiktate bereitgestellt. Das ist ein Lückendiktat, wo man einfach nur Wörter ergänzen muss oder vielleicht Satzzeichen ergänzen muss. Und da kann man sich optimal für vorbereiten. Und da darf man eine bestimmte Anzahl von Fehlern machen. Und also abhängig davon, ob ich jetzt für den Laufendenabschluss 1, die Ausbildung, oder den Laufendenabschluss 2, der Studium bewerbe. Beim Studium darf ich natürlich weniger Fehler machen, bei der Ausbildung ein, zwei mehr. Und das ist der erste Teil, das Diktat, worauf man sich gut vorbereiten sollte, indem man Übungsdiktate schreibt. Und dann gibt es noch eine sportliche Prüfung. Genau. Nach dem kognitiven Leistungstest gibt es eine sportliche Prüfung. Also es gibt einen Sporttest. Der wird in Hamburg beim UKE, im UKE Athleticum durchgeführt. Das ist ein Kooperationspartner von uns. UKE ist das Unikrankenhaus in Hamburg. Genau, das Unikrankenhaus in Eppendorf. Dort wird der Sporttest durchgeführt. Und der ist nicht ohne. Also ich sage mal, jeder, auch ein sportlicher Typ, der unvorbereitet zu diesem Sporttest kommt, hat keine guten Karten. Also ich muss mich auf den Sporttest gut vorbereiten. Okay, und wie mache ich das? Also auch hier verweise ich wieder auf die Internetseite. Da haben wir ein Übungsvideo, wie man sich optimal auf den Sporttest vorbereitet. Der ist in verschiedenen Aspekten geteilt. Als erstes fängt man an bei dem Sporttest mit dem Counter-Movement-Jump. Da wird die Schnellkraft und Maximalkraft getestet, indem man aus einer Hocke, hoch springt und da wird die Sprungkraft gemessen. Also wie hoch kann ich springen? Genau, wie hoch kann ich springen? Wie lange bleibe ich in der Luft so ungefähr? Ich sage mal, jemand, der klein ist, der springt nicht so hoch wie jemand, der zwei Meter groß ist. Wie lange bleibe ich in der Luft? Da gibt es einen Sensor am Boden, der misst, wie lange ich vom Boden entfernt bin. Und je höher ich springe, umso länger bin ich natürlich vom Boden entfernt. Da wird die Maximal- und Schnellkraft getestet. Wie viele Tests sind das insgesamt? Das sind sieben verschiedene Abschnitte, die getestet werden. Okay, und als erstes der Jump? Okay, und als zweites? Als zweites kommt da Drop-Jump, dass es sowas ähnlich ist. Da wird dir die Aktivkraft und die Schnellkraft-Potenzial wird getestet. Da muss ich von einer 30 cm Erhöhung mit einem Fuß mich fallen lassen auf den Boden, mit beiden Beinen abstützen und wieder so hoch wie möglich abspringen, mit gestreckten Beinen. Also ich hole da keinen Schwung, sondern ich mache halt von 30 cm Erhöhung einen kleinen Step runter, auf den Boden ankommen, blitzhaarig hoch springen und dann wird wieder gemessen, wie hoch ich komme und wie lange ich vom Boden entfernt bin. Auch da kann ich mich vorbereiten, indem ich Kniebeugen trainiere, der Aktivsprünge mache und gucke, dass ich möglichst weit in der Luft bleibe. Wie geht es weiter? Dann geht es weiter mit der Spiroergometrie. Und zwar wird hier die Aerobe und Anaerobe Ausdauerfähigkeit gemessen. Da bin ich auf einen Ergometer, auf einen Fahrradergometer und gehe bis zur absoluten Belastung bei den einen oder anderen 10 Minuten, bei den anderen 20 Minuten. Das ist komplett individuell und da werden zwei Komponenten gemessen. Einmal der Puls, der Herzschlag und natürlich die Luft, die wir ausatmen, wie sauerstoffreich oder sauerstoffarm diese ist. Das heißt, Sie haben eine Atemmaske auch und ich kann anhand der Atemluft auch noch zusätzlich messen, wie gut der Stoffwechsel trainiert ist. Genau. Also da sind wir sehr modern, da sind wir gut vorangeschütten und da wird gemessen, wie die Ausdauerfähigkeit unserer Probanden ist. Hierzu kann ich mich optimal mit Intervallläufen vorbereiten. Das kann ein Intervall Schwimmen sein, es kann ein Intervall Fahrradfahren sein, es kann Intervall Läufe sein. Wichtig ist, dass ich an meine absolute Belastungsgrenze gehe. Okay, also wichtig ist, dass der Teilnehmer auch dieses Gefühl schon mal kennt. Wie fühlt sich das an, wenn ich an die Grenze gehe? Und wahrscheinlich eine gute Grundlagenausdauer ist auch vorteilhaft. Genau, genau. Die ist elementar, die Grundlagenausdauer plus die Intervalle, die mich an meine körperlichen Grenzen, und da komme ich ja mal an die körperlichen Grenzen, das ist auch Sinn der Sache, bringen. Also wäre wahrscheinlich zusätzlich auch nochmal so ein Grundlagenausdauertraining, zwei-, dreimal die Woche Joggen gehen, auf jeden Fall vorteilhaft. Genau, Laufen ist da elementar. Ja, okay. Ja, nach der Spielregometrie geht es weiter mit dem Kastenpendellauf. Das ist ein Kastentest, der aufgebaut ist, wo man an Hindernissen vorbeilaufen muss, durch den Kassenteil durchklettern muss, wieder vorbeilaufen, durchspringen. Und da vorweg, muss ich sagen, beginnt das Ganze mit einer Rolle vorwärts. Das ist auch etwas, was viele vorher so nicht kennen, weil sie es aus der Schule gar nicht geübt haben. Also den Kastenpendellauf beginne ich mit einer Rolle vorwärts und laufe dann quasi einen kurzen Sprint, Wendespritz hin und her. Und da wird die Beweglichkeit getestet, mein Orientierungssinn, meine Gewandtheit und wie gesagt, meine körperliche Fitness in Form von kurzen Sprints. Und auch das Video ist bei uns auf der internen Seite hinterlegt, dass ich mir das angucken kann, wie sieht so ein Kastenpendellauf aus. Habt ihr auch Trainingstipps auf der Website? Genau, da haben wir Trainingstipps, da haben wir Trainingsmethoden ausgearbeitet in Form von Videos und kurzen PDF-Dateien, wie man sich auf sowas vorbereiten kann. Und wie ist da das Feedback? Also von euren Bewerbern, nutzen die das und funktioniert das gut, was ihr da bereitstellt? Ja, also viele unserer Bewerber, die fragen wir auch, habt ihr den Sporttest gesehen? Ja, ja klar, die gucken sich das an, gucken sich die Videos an und bereiten sich anhand des Videos auf unseren Sporttest vor. Okay, gut. Verlinken wir in den Shownotes. Also wer sich da vorbereiten kann, kann sich da auch daran orientieren. Dann lass uns nochmal die, das war jetzt die vierte Übung. Genau. Jetzt haben wir noch drei übrig. Es kommt noch der Functional Movement Screen, FMS hinterher. Ah, okay. Und zwar wird hier die Beweglichkeit des Körpers getestet. Wie beweglich ich bin in verschiedenen Gelenkbereichen, was bei vielen Leuten, sage ich mal, im Alter dazu führt, durch das viele Dauersitzen, dass diese verkrümmen, wollen wir diese im Vorfeld schon testen. Zum Beispiel ist da die tiefe Kniebeuge. Und zwar muss der Bewerber eine Stange in die Hand nehmen oder einen Stab und muss dann in die, aus dem schulterbreiten Stand in die Kniebeuge gehen. Und da sind mehrere Gelenke von betroffen, das obere Sprunggelenk, Kniegelenk, sowie das Hüftgelenk, um zu gucken, wie die Beweglichkeit des Probanden ist. Da haben wir auch ein interessantes Interview gehabt mit dem Wolf Harward. Da ging es um Mobilität und wie du die trainieren kannst. Das spielt hier eine große Rolle, dieses Mobilitätstraining. Genau. Und das wird bei uns schon im Einstellungstest abgefragt, beim Sporttest, wie mobil unsere Bewerber sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Mobilität des Körpers hat Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung des Körpers. Und wenn wir bei der Bewerbung oder im Sporttest schon feststellen, dass diese stark eingeschenkt ist, dann werden, wie gesagt, ist die Voraussetzung für die körperliche Leistungsfähigkeit oftmals nicht gegeben. Wie ist es eigentlich bei diesem Test? Gibt es da dann verschiedene Gruppierungen? Also, dass wenn jemand in jeder Disziplin da exzellent bewertet wird, dass er dann alles machen kann und wenn er vielleicht in bestimmten Bereichen nicht so gut abschneidet, dass er dann halt trotzdem oder vielleicht eher im Bereich Büro oder sitzende Tätigkeit? Nee, also den Sporttest müssen alle bestehen. Das ist die Grundvoraussetzung. Egal, ob ich später zum SEK gehe, zum MEK, zur Hubschrauberstaffel, zur Reiterstaffel oder, ich sage mal, Lehrer an der Akademie wäre, es ist völlig unterschiedlich, was sie später wäre und es ist unabhängig. Den Sporttest müssen alle bestehen. Neben der Beweglichkeit, wie sage ich, der Beine, des Sprunggelenks und der Hüfte wird auch der Ausfallschritt getestet mit einem Stab, den ich hinterm Rücken festhalte und dann geht es weiter zur Schultermobilität. Es wird auch die Schulterbeweglichkeit getestet und zwar indem ich, ich kann das einfach üben, indem ich versuche, meine Hände hinterm Rücken zu verschränken und da stelle ich fest, ob ich das hinkriege oder nicht und wenn ich das weitaus nicht hinkriege, dann kann ich das üben mit verschiedenen Bewegungsübungen, indem ich die Schultern nach hinten kreise und zunehmend versuche, die Hände hinter meinem Rücken zu verschränken. Okay, also die, dass man sich im Prinzip selbst die Hand gibt hinterm Rücken. Genau. Und zwar senkrecht, nicht beide Hände hinterm Rücken, sondern die eine Hand quasi hinterm Kopf und die andere Hand quasi von unten und dann kann jeder, der jetzt zuhört, vielleicht mal ausprobieren, ob er das hinkriegt. Meine These ist, viele schaffen es nicht, auch wenn sie Sport machen, das muss man, darf man ruhig trainieren. Genau, quasi diagonal mit der rechten Hand hinter die rechte Schulter gehen, über den Kopf nach hinten und mit der linken Hand links vom Rücken hoch und dann versuche ich, die Arme diagonal hinterm Rücken zu verschränken oder sich zu greifen. Wie würdest du sowas trainieren? Auch indem ich versuche, das kann man auch gut anhand unseres Videos, Übungsvideos sehen, indem ich vielleicht erstmal mit einer Flasche und einem Gegenstand versuche, den ich mir hinterm Rücken übergebe und dann wird der Gegenstand immer kleiner, sodass die Hände angehalten, sich immer näher zu nähern. Ich habe am Anfang eine Flasche von, sag ich mal, die drei Zentimeter lang ist, dann habe ich eine Flasche, die ist 20 Zentimeter hoch und dann am Ende habe ich gar keine Flasche, habe ich vielleicht nur einen Tennisball und irgendwann habe ich gar keinen Gegenstand und übergebe mir die Hände diagonal hinterm Rücken. Macht ihr solche Übungen eigentlich auch im Kickboxen, Boxtraining? Leider viel zu wenig, also Mobilität gewinnt jetzt in der modernen Sportwissenschaft immer mehr an Bedeutung. Zu meiner Zeit, ja, war, wenn man sich vor dem Training fünf Minuten gedehnt hat, dann war das das höchste der Gefühle und zwangsweise muss man vielleicht noch nach dem Training zehn Minuten liegen bleiben und nochmal dehnen, aber das war leider viel zu kurz gekommen. In meiner Zeit als Trainer hat das viel mehr in Bedeutung gewonnen, auch die Faszienrolle, das Faszientraining, das Beweglichkeitstraining, das gewinnt immer mehr an Bedeutung, zum Glück auch in Verbindung auch mit der Tätigkeit. Wir üben immer mehr sitzende Tätigkeiten aus, wo der Körper mit der Zeit verkrümmt und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass in der modernen Sportwissenschaft immer mehr Wert auf die Mobilität des Körpers gelegt wird. Also ich glaube, die Trainingstipps, die sind generell interessant, auch da ruhig mal reinzugucken, auch für alle, die jetzt schon fest im Job sitzen. Das sind, also auch dieser FMS, dieser Functional Movement Screen, das muss man dazu noch sagen, das ist ein standardisierter Test. Das ist kein Test, auch die anderen Tests, das ist kein Test der Polizei Hamburg oder der Polizei, sondern das sind standardisierte Fitnesstests. Zum Beispiel der FMS wird auch viel im Personal Training angewandt, von Trainern. Ich habe das auch im Rahmen meiner Ausbildung gelernt. Das ist schon gut, wenn man sich damit mal beschäftigt und diese Voraussetzung auch hinkriegt, unabhängig jetzt von irgendwelchen Einstellungstests. Ist das halt ein schöner Screen, wo man sich selbst auch mal beurteilen kann, wie beweglich bin ich eigentlich und wo sind die Punkte, wo ich noch an meiner Mobilität arbeiten darf? Genau, das ist auch ein Erfolg, den wir verzeichnen, denn der Sporttest, den wir jetzt haben, ist relativ neu, ist sehr modern, da kommen andere Bundesländer sehr neidisch auf uns, denn wie du schon sagst, das ist ein Sporttest, der von Sportwissenschaftlern entwickelt wurde und der Test sagt viel, viel mehr aus, als ob ich nur, kann ich geradeaus laufen? Nein, sondern wie kann ich lang gesund bleiben und effektiv bleiben, was natürlich auch im Sinne des Arbeitgebers liegt, denn die Leute arbeiten bis wir 60 sind. Wir sind stehen geblieben bei der Schultermobilität, danach geht es weiter mit dem aktiven Beinheben und die Übung muss man sich folgendermaßen vorstellen, man legt sich auf den Boden, mit dem Rücken auf den Boden, die Beine sind gestreckt und ein Bein bleibt gestreckt am Boden liegen, mit der Hacke auf den Boden und das andere Bein geht gestreckt hoch und da guckt man, wie gelenkig, genau, da haben Fußballer ein großes Problem mit, dass Stelma Almera fährt, sowohl die sportlich sind und aktiv und gut drauf, da ist die Mobilität in der Hüfte, im rückwärtigen Oberschenkel stark vernachlässigt und das ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass ich da nachbessere und gegebenenfalls dehne und mobilisiere. Ja, das ist auch so ein Klassiker, dass der, die Oberschenkelrückseite, der Beinbizeps, dass der halt verkürzt ist, weil Menschen viel sitzen, der Hüftbeuger ist verkürzt, also die Vorderseite, da wo ich halt mit der Hüfte in die Beugung gehe, was der normale Zustand ist, wenn ich sitze und wenn ich das über Stunden mache, jeden Tag, dann sind diese Muskeln verkürzt, also sie bleiben auch, wenn ich mich hinstelle, mehr oder weniger in dieser Position, die ich beim Sitzen habe und das kann man halt hier durch diese Übung gut checken, wie beeinflusst oder beeinträchtigt man da schon ist und das lässt sich auch alles wieder normalisieren, setzt eben Mobilitätstraining voraus. Die vorletzte Übung ist der Rumpfstabilitätsstütz, da lege ich mich beuchlings auf den Boden, also ich lege auf dem Bauch, habe die Hände in einem 90 Grad Winkel auf dem Boden, die Handflächen auf dem Boden und mein Kopf befindet sich, oder meine Hände befinden sich auf Höhe des Kopfes und aus dieser Position, die Hände sind ungefähr schulterbreit, versuche ich die Arme auszustrecken und in eine Liegestützposition zu kommen. Das heißt, ich lege mich auf den Boden, die Arme 90 Grad angewinkelt auf Höhe des Kopfes und aus dieser Position strecke ich meine Arme durch, da wird genau gucken, wie viel Kraft habe ich in den Ärmchen, strecke meine Arme durch und bin erstmal in einer Liegestützposition, von der aus ich dann die Hüfte Richtung Boden drücke. Das heißt, die Startposition ist kein Liegestütz, sondern, also es ist nicht die untere Position des Liegestützes, sondern die Ellenbogen liegen auf Höhe der Schultern auf dem Boden und auch die Unterarme liegen auf dem Boden, anders als beim Liegestütz, wo halt die Handflächen nur den Boden berühren und dann versuche ich aus dieser Position in den Liegestütz zu kommen und das ist halt schwerer, als in den Liegestütz zu gehen. Das heißt, wer noch keinen Liegestütz kann, der wird diese Übung auch nicht schaffen. Genau, also da wird Kraft, aber auch Mobilität, Schultermobilität gleich mitgeprüft, die Übung ist nicht ohne, und deswegen sage ich ja, wenn auch einer sportlich ist, weil er viel Fußball spielt und zu uns kommt und ihn beim Test zum ersten Mal diese Übung macht, dann wird er Schwierigkeiten haben. Deswegen auf jeden Fall vorher sich mit dem Sporttest in Verbindung setzen, sich die Videos angucken und das Zuhause ein paar Mal nachmachen. Eine Übung haben wir noch. Genau, die letzte Übung beim Sporttest ist die Rotationsstabilität. Dabei gehe ich in den Vierfüßlerstand, den kennt ja jeder, Vierfüßlerstand und strecke einen Arm und ein Bein auf der gleichen Seite, sprich rechten Arm und das rechte Bein strecken und dann merke ich, oh, 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 da wird der Gleichgewichtssinn angesprochen und je nachdem, ob und wie er trainiert ist, zeigt das körperliche Folgeerscheinung und aus dieser Streckung muss ich dann auch noch das Knie und den Ellenbogen zusammenbringen. Ich sage mal als Beispiel, die rechte Hand ist auf dem Boden, das rechte Knie ist auf dem Boden, ich strecke meinen linken Arm und strecke mein linkes Bein aus dem Vierfüßlerstand und versuche jetzt meinen linken Ellenbogen und mein linkes Knie anzuwinkeln und von da aus wieder auszustrecken. Das ist die beste Möglichkeit. Wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich die Möglichkeit, um über Kreuz zu gehen, sprich rechten Arm und linkes Bein oder linken Arm und rechtes Bein. Da gibt es natürlich Punktabzüge, aber das wäre die Alternative, die ich machen könnte. Die Übung ist, wenn man die auf Fotos sieht, dann sieht die relativ easy aus und die ist nicht so leicht. Also da kommt es auf Gleichgewichtssinn an und lässt sich trainieren. Ich weiß aber noch, ich habe die tatsächlich das erste Mal gemacht, damals in der Trainerausbildung, wo wir diesen FMS auch durchgenommen haben und ich fand die nicht leicht. Also es ist auch anstrengend, dann gerade, wenn man es sich gewohnt ist, lässt sich aber gut trainieren. Ich glaube, wenn man die halt ein paar Mal regelmäßig trainiert, dann wird man da auch gut drin und dann braucht man nicht diese über Kreuz machen. Also da kann man schon hinkommen. Genau, das ist, wie du schon sagst, das ist wichtig, dass ich das vorher trainiere. Also wer unvorbereitet zu unserem Sporttest kommt, hat schlechte Karten, denn es sind Übungen, es ist ein sehr moderner Sporttest, der FMS, das kennst du ja, das haben Sportwissenschaftler, erarbeitet, das kommt nicht irgendwo her. Ich muss das trainieren, ich muss mich darauf vorbereiten. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich schlechte Karten, den Sporttest erfolgreich zu bestehen, auch wenn ich beim Fußballspieler, als Fußballspieler einen da vorne renne und super Tore schieße. Ich muss mich auf den Sporttest der Polizei Hamburg gut vorbereiten. Jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar, wenn man sich mal so Action-Serien anguckt oder so, dann kennt ja jeder die Bilder von diesen Einsatzkommandos, SEK wäre das bei der Polizei, die Terroristen jagen oder was auch immer, auch in amerikanischen Serien, aber das Ganze gibt es in Deutschland ja auch. Welche Voraussetzungen braucht man denn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde gern zum Kommando gehen? Also als erstes muss ich bei der Polizei eine Ausbildung oder ein Studium machen, eins von beiden, das heißt auch da mich auf das Diktat vorbereiten, das Diktat schaffen, den kognitiven Leistungstest, den Sporttest, muss die Ausbildung absolvieren und kann mich dann ungefähr drei Jahre später das erste Mal für das Kommando bewerben, denn da sind überwiegend erfahrene Kolleginnen und Kollegen, denn die werden in brenzlig Situationen eingesetzt, ist eine Spezialdienststelle, wie du schon sagst und da kommt keiner frisch aus der Ausbildung hin. Ja, also ich muss mindestens drei Jahre Berufserfahrung haben, bis ich da hinkomme und dann sollte ich Eigenschaften wie Teamfähigkeit, wird da besonders groß geschieben, ich muss relativ stressresistent sein, stressfest, ich muss eine gestärkte Persönlichkeit haben, sprich ich sollte psychisch und physisch belastbar sein, wenn ich dahin möchte und dann muss ich da nochmal einen separaten Test absolvieren, also einen Sporttest, der über den normalen Sporttest, sag ich mal, einfach in der Polizei Hamburg hinausgeht, plus ein Gespräch, wo ich dann mit dem Team in eine gewisse Stresssituation komme, geführt wird, um dann geguckt, passe ich in das Team oder passe ich da nicht rein. Ich habe im Vorwege nochmal Hörerfragen eingesammelt und zwar über Instagram und die würde ich gerne nochmal weitergeben an dich, Dima, und zwar die erste Frage kommt von Ingrid und die fragt, wie gehst du mit dem Adrenalinabfall nach einem schweren Einsatz um? Was meint sie denn da? Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie damit meinen, wenn ich in eine brenzlige Situation komme, ich sage mal, eine Demonstration, wo auch Steine, Flaschen fliegen oder wie auch immer und das über Stunden belastet bin und dann irgendwann in den Feierabend gehe und nach 12, 14, 16 schon Dienst und wie ich das schaffe, einzuschlafen. Das können wir mir gut vorstellen. Das Gute bei der Polizei allgemein ist, man abritt nie alleine. Man ist nie allein. Man ist immer im Team, mindestens mit meinem Teampartner, wenn ich auf Wagen fahre oder mit meiner Gruppe, mit meinem Zug. Man tauscht sich aus und das ist schon der erste Schritt, dass ich mir das, ich sage mal, von der Seele rede, was mich belastet. Ich tausche mich aus meinen Kollegen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was kann besser laufen und spreche mir schon vieles von der Seele. Dann war das bei mir so, dass ich, wenn ich nach einem brenzligen Einsatz, war das bei mir oft, dass ich auch mal nachts zum Sport gefahren bin. Auch wenn es ein super anstrengender Einsatz war und mir das körperlich abverlangt hat, war es nicht selten so, dass ich nach dem Dienst zum Sport gefahren bin, um mich noch mal körperlich zu belassen, wie unsere Vorfahren, was wir jahrelang gemacht haben, mich körperlich auszulassen, um das Adrenalin loszuwenden und das hat mir geholfen. Selbst wenn ich wie ein Bescheueter nachts um zwei morgens irgendwie durch die Stadt gelaufen bin und eine lockere Joggingseinheit eingelegt habe, hat mir das, wie gesagt, geholfen, den Adrenalin abzubauen und final, wenn ich dann zu Hause ankomme, wenn der Partner noch wach ist, mich mit ihm auch zu unterhalten, mir sage ich mal, was von der Seele, wenn da noch was ist, abzusprechen. Die nächste Frage kommt von Ronny und der fragt, weshalb gehst du nicht 100% in Richtung Sport? Du bist ja jetzt im Moment nicht mehr aktiver Leistungssportler, aber als Trainer oder als Coach könntest du ja machen und die Frage übrigens, Ronny ist auch Polizist. Hallo Kollege, ja, also ich muss sagen, es erfüllt mich beides. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Tätigkeit, es macht mir Spaß, in dem Team zu arbeiten und ich finde, mit dem Sport- und Coaching-Anteil ergänzt das Ganze und ja, klar kam hier und da mal schon der Gedanke, ob man bei der Polizei vielleicht kürzer dreht und mehr in Sachen Sporttrainer geht, aber solange ich das alles gewuppt kriege als Coach und mit meinen Trainingsanhalten sehe ich da zurzeit keinen Bedarf und wie gesagt, es macht mir beide Spaß und ich glaube, wenn ich nur Trainer wäre und von morgens bis abends nur Coachings geben müsste, dürfte wie Hummer, dann würde mir der andere Teil bei der Polizei etwas fehlen und das möchte ich dann auch nicht. Du musst dazu sagen, du machst das ja auch beides, du bist zwar Vollzeitpolizist, aber auch, ich glaube jetzt vor kurzem warst du eine Woche im Urlaub, aber Urlaub hieß, dass du immer als Trainer und als Coach gearbeitet hast, also da verbindest du beide Leidenschaften. Genau, dazu nutze ich meinen Erholungsurlaub, habe ja meine 30 Urlaubsagen im Jahr plus die ganzen Überstunden, die ich dann abbaue und dafür bin ich für die Firma Primesports im Einsatz und reise in verschiedene Clubs, verschiedene Robinson-Anlagen und, 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 wo ich dann Coachings gebe, wo ich dann Kurse gebe, auch Mentalcoachings durchführe und, ich sage mal, mein Wissen an Hotelgäste weitergebe oder Personalcoaching betreibe und das mache ich quasi nebenberuflich. Rita fragt, wie gehst du mit der Ablehnung anderer Menschen um? Erfährst du Ablehnung in den Reihen der Polizeikollegen, wenn du konsequent deinen Weg gehst? Ich muss sagen, Ablehnung jetzt bewusst ist mir gar nicht wahr. Also, klar gibt es die einen oder anderen, die es nicht so toll finden, was ich mache, aber oftmals ist das, ich sehe es nur als Neid und Menschen, die, ich sage mal, je erfolgreicher du wärst, umso mehr Leute folgen dir, aber genau so ein großer Teil ist auf deiner Seite wie Yin und Yang, der dir nicht folgt, weil er gern da wäre, wo du bist, aber nicht bereit ist, das zu geben, was du dafür gegeben hast und täglich gibst, um da zu sein. Und klar erfährt man auch viele Neider und Missgünste, aber darauf lege ich keinen Wert und habe da auch keinen Wert oder kein Ohr dafür, denn, ja, das interessiert mich auch einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Fan von positiver, konstruktiver Kritik, die höre ich mir gern an. Wenn einer sagt, hm, das wäre das so besser machen können, habe ich immer ein offenes Ohr für, aber wenn einer sagt, ich finde dich pauschal scheiße, ja, dann ist das seine Meinung, aber die interessiert mich nicht. Die nächste Frage kommt von Sina und die wurde mir tatsächlich auch schon häufiger im anderen Kontext gestellt. Wie isst du vor und nach dem Nachtdienst, Nachtschicht, Schichtarbeit, ist schon eine Herausforderung? Hast du da vielleicht Tipps, einerseits Ernährung, vielleicht aber auch Training? Wie kriegt man das irgendwie gewuppt? Aktuell muss ich ehrlich sagen, bin ich davon nicht betroffen, da ich aktuell im Tagesdienst bin, an der Einstellungsstelle. Ich war aber jahrelang im Schichtdienst, ob an der Wache oder in der Bereitschaftspolizei. Und bei mir war das so, dass ich vom Nachtdienst eigentlich immer Sport gemacht habe. Und nach dem Sport habe ich mir dann eine ordentliche Kohlenhydrateiweiß-Fettmahlzeit gegönnt, die ist natürlich wie im heißen Ofen verschwunden, da ich wohl ordentlich Reize gesetzt hatte. Und im Nachtdienst an sich habe ich eigentlich nie schwer gegessen. Es gab meinen Quark, es gab zwischendurch immer einen Eiweißriegel oder so einen Eiweißshake. Also im Nachtdienst selber habe ich relativ leicht gegessen, also vorm Nachtdienst, aber wie gesagt, vorm Nachtdienst Sport gemacht, danach gut gegessen, Fett, Eiweißkalorienreich, eine ordentliche Mahlzeit zu mir genommen, die mich auch schon fast über die Nacht gebracht hätte. Und im Nachtdienst selber gab es zwischendurch einen Eiweißriegel, einen Eiweißshake, Quark, also sehr eiweißreich, relativ fettarm und auch kohlenradarm, habe ich im Nachtdienst selber nicht viel gegessen, weil ich da auch keinen großen Hunger hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eher vor dem Nachtdienst gut gegessen. Und danach, wenn der Dienst zu Ende war? Nach dem Nachtdienst bin ich mal nach Hause und direkt ins Bett. Also es gab Kolleginnen und Kollegen, die dann noch zum Bäcker gefahren sind, haben sich Frühstück geholt, das war niemals. Ich bin nach dem Dienst direkt nach Hause und bin ins Bett gefallen, weil ich dann vier, fünf Stunden später wieder zum Training aufstehen musste. Das kam vor, also nach dem Nachtdienst war das, nach dem Nachtdienst halt noch regelmäßig frei, also grundsätzlich frei. Also wenn ich, sag ich mal, von Montag auf Dienstag, Nachtdienst hatte, dann habe ich meine Trainingsanheiten so geplant, dass ich, sag ich mal, wenn ich noch nach Dienst um sechs im Bett war, da bin ich spätestens um elf, zwölf aufgestanden und bin zu der ersten Trainingsanheit gefahren und habe mir da meistens so einen Einweißregel reingehauen, habe dann nach dem Sport ordentlich gegessen und das gleiche dann auch abends nochmal zum Training gefahren und nach dem Training, also die großen Mahlzeiten habe ich mir mal nach dem Training gegönnt oder die hatte ich dann auch nötig und weniger vor dem Sport. Das ist aus meiner Sicht auch, glaube ich, der beste Weg, damit umzugehen, weil viele nehmen ja auch zu, gerade über so Schichtdienst und dem kann man ja, indem man die Hauptmahlzeiten nach dem Training einnimmt, kann man da so ein bisschen gegensteuern und du sagtest ja schon, dann während des Nachtdienstes hast du halt leicht gegessen, ein Eiweißreich, fettarm, ein bisschen auf die Kohlenhydrate achten und dann, glaube ich, ist es auch, hattest du da Schwierigkeiten dann deine Form zu halten oder? Nein, also ich muss sagen, also vom Gefühl her, auch wenn ich im Nachtdienst war, es ist ja völlig normal, wir haben eine innere biologische Uhr, auch wenn ich im Schichtdienst sind und der Körper fährt nachts runter. Das hat mit unseren Hormonen zu tun, das hat mit der Lichteinstrahlung zu tun, wenn die Sonne nicht mehr strahlt, merkt der Körper, es ist nachts, es ist Schlafenzeit, auch wenn wir dann als Polizisten im Dienst sind, aber der Körper fährt nochmal runter und ich bin nachts nicht so leistungsfähig, wie ich das tagesüber bin. Das hat was mit der Hormonausschüttung zu tun und anderen Faktoren und grundsätzlich habe ich nachts an sich weniger Hunger und das sollte ich dann ausnutzen, indem ich mir nur leichte Kost gönne. Die nächste Frage ist von Christina und die fragt, wie schaffst du es regelmäßig zu trainieren, dich gesund zu ernähren im Wechseldienst beziehungsweise in langen Diensten? Haben wir schon ein bisschen angeschnitten, willst du da noch was ergänzen? Ja, also Vorbereitung ist die halbe Miete, ganz wichtig ist, ich habe zu jedem Dienst einen vollgepackten Beutel mit Essen gehabt, immer, immer. Ich habe mich nie auf die Fressbeutel, wie man sie in der LBP nannte, verlassen, wo es dann haufenweise Zucker und Kalorien gab, aber nichts Wertvolles zu essen, so ungefähr. Ich habe mir immer mein Essen gepackt, auch für einen langen 12-Hessen-Stunden-Dienst habe ich mir meine Stullen geschmiert, meinen Quark gemacht und ich glaube, in jeder meiner Taschen, in meinem Einsatzanzug war ein Eiweißriegel zu finden, mit dem ich auch gut und gerne die Kollegen versorgt habe oder Nüsse, also ich war darauf vorbereitet. Man kann nicht in den Dienst gehen und hoffen, ach, heute wird schon was Brauchbares im Fressbeutel dabei sein. Nein, also ich habe mich abends hingestellt, in die Küche, habe mir meine Dosen gepackt, habe mich vorbereitet und die Zeit sollte man sich nehmen, denn man macht das für sich, für seinen Körper, für seine Gesundheit. Die nächste Frage ist von Dranbleiber68. Hilft dir der Sport bei der Arbeit als Polizist gelassen zu bleiben? Definitiv. Also wenn man regelmäßig Sport betreibt und im Sport an seine körperlichen Grenzen kommt und geht, dann ist man gewohnt, mit Stress umzugehen. Denn Sport ist nichts anderes, als künstlich den Körper in eine Stressreaktion zu versetzen. Und wenn ich das trainiere und regelmäßig trainiere, dann weiß ich, wie mein Körper unter Stress reagiert. Und dementsprechend reagiere ich in einer Stresssituation auch anders als jemand, der nicht sportlich aktiv ist, der nicht seinen Körper regelmäßig stresst und vielleicht in eine neue Situation kommt. Und dazu kommen viele, viele neue Reize, wenn ich die nicht gewohnt bin, dann kann ich schnell überreagieren. Was ist deine größte Niederlage, aus der du das meiste gelernt hast? Meine größte Niederlage würde ich mal als meine Krebserkrankung bezeichnen. Ich habe mit 29 Krebs bekommen und das war, am Ende habe ich am meisten heraus gelernt, denn viele Sachen in meinem Leben sind mir bewusst geworden, was denn wirklich im Leben bedeutet. Und Sport hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben, ohne Frage. Aber da gibt es noch andere Sachen wie Familie, Zufriedenheit, langfristige Gesundheit. Und da habe ich umgedacht in vielerlei Hinsicht. Nicht in allerlei Hinsicht, aber in vielerlei, dass ich mir wirklich bewusst geworden bin, was ist wichtig in meinem Leben. Das ist meine Gesundheit, darauf muss ich achten und darauf muss ich wirklich achten. Und als Leistungssportler achtet man nicht auf seine Gesundheit, denn als Leistungssportler ist man getrimmt, ständig leistungsfähig zu sein, die Leistung zu steigern und das macht man zum Nachteil der Gesundheit, nicht immer zum Vorteil. Genauso auch das Familienleben, dass man nicht nur sich um sich kümmert, sondern um die Menschen, die um einen da sind, die einen auffangen. Das ist die Familie, das ist der Partner, das sind Freunde, Kollegen, Kolleginnen und, und, und. Und von daher war, kann ich heute sagen, die Krebserkrankung, die ich mal hatte, war mit das Beste, was mir passieren konnte. Gibt es knieschonendes Kickboxing? Fragt D. Schönzle. Ja, was heißt knieschonend? Also Kickboxen und Boxen an sich ist ja mehr oder weniger identisch, denn ich bewege mich auf den Beinen. Und da hängt das natürlich davon ab, wenn ich, sage ich mal, Übergewicht mit mir bringe oder schwache Gelenke, dann ist Kickboxen an sich grundsätzlich ein super Sportart, weil das die Festigkeit in der Beinmuskulatur stärkt, somit auch meine Gelenke entlastet und an sich ist Kickboxen knieschonend grundsätzlich, wenn ich jetzt keine Vorerkrankung habe. Das wäre ein Einzelfall. Ansonsten auch, wie gesagt, ich bewege mich auf den Beinen und ich strecke einfach nur ein Bein aus beim Kickboxen. Von daher ist es knieschonend, wenn ich die Technik richtig einsetze. Da ist es wichtig, dass ich bei Tritten, gerade bei Halbkreisfußtritten, mich auf meinem Standbein drehe, dass ich die Hacke hochnehme, um mich nicht über das Knie zu drehen, sondern auf den Fußballen. Und das ist ganz, ganz wichtig, sowohl beim Boxen als auch beim Kickboxen, dass ich mich stets auf den Fußballen bewege und nicht auf der Hacke. Sobald ich die Hacke absetze und mich versuche zu bewegen, dann verdrehe ich das Kniegelenk, was nicht gut ist, weder beim Kickboxen noch beim Boxen. Wenn ich die Hacke um habe, dann dreht sich der Fuß, der ganze Körper automatisch mit und das geht nicht übers Knie. Somit, Achtung, Hacken hoch, auf den Fußballen bewegen, was auch gleich gut ist für eine knackige Figur. Bachmeier Block fragt, wie bekomme ich als, und das ist eine schöne Überleitung, wie bekomme ich als Frau definierte Beine? Meine Arme und Schultern sind schon super. Da ist es wichtig, dass ich auch meine Beine trainiere. Das ist mit der wichtigsten Muskeln im menschlichen Körper, da ist auch mit der Größe und somit das Training auch am effizientesten ist. Ich sehe immer wieder Mädels, die sagen, oh, ich will ein bisschen abnehmen und dann legen die sich hin und machen 4000 Sit-Ups oder was auch immer Push-Ups trainiert das, was am meisten bringt und das sind die Beine und da gibt es verschiedene Übungen, Ausfallschritte jeglicher Art, Kniebeugen jeglicher Art, mit Gewichten. Beim Kickbossen kann ich das kombinieren, da bewege ich mich viel auf den Beinen, viel aus den Beinen und es ist sehr effizient. Hab keine Angst vor Gewichten. Ich höre immer wieder von Kundinnen oder Mädels, die kommen und sagen, oh, ich will nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Dann sage ich, beruhige dich, bevor du so aussiehst, musst du nicht nur dir ordentlich, also musst du nicht von morgens bis abends 8, 9 Stunden trainieren, musst du dir sämtliche Nahrungsergänzungsmittel und Zusatzstoffe in den Körper reinpfeifen und nichts anderes mehr tun. Denn ich sage mal, wenn du dich gesund ernährst, ausgewogen ernährst und ich sage mal gut ernährst und dich sportlich bewegst und Beintraining machst, da wird deine Muskulatur nicht explodieren und als Frau schon gar nicht, weil die Frauen bei weitem nicht über diesen Testosteron-Haushalt verfügen, wie Männer es tun. Selbst Männer haben große Schwierigkeiten, obwohl die körperlicher zu veranlagen sind, Körper oder Beinmuskulatur aufzubauen. Da brauchen Ladies keine Angst vorzuhaben. Roy fragt, wenn du einen schlechten Tag hast, wie motivierst du dich? Meine Motivation geht aus meiner Familie, aus meinem Sport, aus meiner Gesundheit, aus meinem Job. Also ich bin halt ein Mensch, der sehr optimistisch ist und ich beschäftige mich auch gedanklich viel mehr mit positiven Gedanken als negativen. Ich freue mich viel mehr an die Sachen, die ich habe, die ich erreicht habe, die ich noch erreichen werde, nicht erreichen will, sondern erreichen werde und ich habe auch ein Dankbuch. Ich lege mich abends ins Bett und gehe den Tag durch und lege auch da den Schwerpunkt auf den Sachen, die an dem Tag gut gelaufen sind, für die ich dankbar bin. Meine Familie, meine Gesundheit, mein Tagesablauf, mein Job und, und, und. Und somit hilft das auch einem immer, finde ich, ein positives Statement zu haben, also eine positive Gedankenweise heranzugehen. Und das erleichtert das Leben und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann frage ich mich, warum? Was ist schlecht gelaufen? Okay, das analysiere ich schnell und dann kehre ich sehr, sehr schnell wieder zu den positiven Sachen und denke darum, was kann besser laufen? Und dann gehe ich zum Sport und spätestens danach geht es mir wieder besser. Wie es richtig gehört, hast du ein Dankbarkeitstagebuch? Genau, ich habe ein Dankbarkeitstagebuch. Das größte davon befindet sich in meinem Kopf. Das visualisiere ich an jedem Tag. Wenn ich abends, wenn ich schlafen gehe, gehe ich das im Kopf durch. Ich gehe den Tag durch der War. Ich gehe den nächsten Tag durch. Ich visualisiere auch immer den Folgetag, was erwartet mich am nächsten Tag und gehe mental meine Termine durch und beschränke mich da auch, also nicht beschränke, sondern lege den Schwerpunkt auf die positiven Sachen und versuche mich da, auf die Sachen zu freuen. Und wenn auch ein negativer Termin vorliegen sollte, was weiß ich, mit einem Steuerberater, oder, 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 dann versuche ich, diesen auch positiv anzugehen, freue mich auf den Termin und fokussiere mich da hauptsächlich auf die positiven Sachen, die positiver ausgehen werden. Und die letzte Frage, die kommt von Desiree und die fragt, was ist der Topgrund, warum jede Frau mit dem Boxen anfangen sollte? Also das ist ein Ganzkörpersport. Es beansprucht meine Kondition, meine Koordination, mein Stärke, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein. Und wenn ihr noch besser seid und Kickbox macht, beansprucht das die Beinmuskulatur. Ihr kriegt ein sexy Hintern, euren Traubenkörper könnt ihr euch erfüllen und sieht am Strand einfach nur gut aus. Ich glaube, ich fange mal mit dem Kickboxen an. Mich hast du schon. Theoretisch hättest du es nicht nötig, aber du könntest dich noch optimieren. Ich habe zum Abschluss, Dima, wir sind ja schon, sind schon echt gut in die Tiefe gegangen, noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, hast du irgendwelche ungewöhnlichen oder absurden Gewohnheiten? Ich weiß nicht, ob die absurden sind. Also als Kämpfer, die sind definitiv, denn als Kämpfer ist man abergläubisch, dann muss immer der linke Handschuh als erstes, also bei mir muss der erste linke Handschuh angezogen werden, dann der rechte, das gleiche auch mit Bandagieren. Ich hatte bestimmte Rituale, die ich vom Kampf absolviert habe. Und wenn da was schiefgelaufen ist, so Gott, oh Gott, man darf sich vom Kampf nicht rasieren, denn wer rasiert, verliert und so weiter und so fort. Und als Kämpfer war ich von unzähligen Ritualen betroffen. Die können dich stärken, die können auch schwächen. Deswegen auch hier wichtig, auch den positiven Aspekt setzen, was positive denken und stets an den positiven Sachen festhalten und sich nicht mit den negativen Sachen, die mal schieflaufen, das ist völlig normal, dass irgendwas schiefläuft, festhält. Und heutzutage fällt mir so spontan nichts ein, was absurd ist. Hast du Vorbilder? Ja, ich habe Vorbilder, die liegen, als Kind bin ich mit den Vorbildern, Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme aufgewachsen, die stets diese Außenseiterrolle hatten, die ich auch als Kind stets inne hatte, egal ob, weil ich sehr klein und zierlich war und mich körperlich schlecht behaupten konnte, waren das immer meine Vorbilder, die sich körperlich behauptet haben und dann aus der Außenseiterrolle ausgebrochen sind. Mittlerweile sind meine Vorbilder eher meine Eltern, mein Opa, die für die Familien die Großes auf sich genommen haben. Meine Eltern sind mit, ich sage mal, Anfang 30, haben das Land verlassen, sind in ein komplett anderes Land gegangen, nur der Kinder wegen, also sie haben sich wegen der Kinder entschieden, nach Deutschland zu gehen, weil sie in Usbekistan damals keine Zukunft sahen für die Kinder. Und das sind für mich Vorbilder, die die Familie gehalten haben, über Jahre. Mein Opa, der letztes Jahr leider mit 96 verstorben ist, das war ein Familienoberhaupt und er hat die Familie immer zusammengehalten durch seine Ausstrahlung, nie irgendwie mit Autorität oder sonst was, sondern mit seiner Liebe zur Familie, mit seiner Vorbildfunktion. Er war stets für alle ein Vorbild, für Freunde, Familie und das sind Vorbilder, die mich heute prägen, wo ich sage, so möchte ich auch werden. Ich möchte ein Vorbild sein durch meine Taten, für meine Familie, für meine Tochter, durch das, was ich tue, durch das, was ich ausstrahle und durch mein positives Mindset. Vorbilder würde ich dann noch ergänzen, ganz klar auch Menschen wie dich, die erfolgreich sind im Leben und dadurch andere animieren, besser zu werden. Das sind für mich Vorbilder. Leute, die eine Rolle nicht nur vorleben, sondern auch selber leben und zwar einem das Gefühl geben, auch ein besserer Mensch zu sein, indem man ganz Kleinigkeiten verändert, durch Sport, durch Ernährung, durch Erfolg im Leben, indem man Sachen tut, die man liebt. Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, Dima. Sag schon mal ganz herzlichen Dank für die vielen Infos, die du hier rausgehauen hast. Habe ich irgendwas noch nicht gefragt, beziehungsweise, wir haben ja auch über die Voraussetzungen zum Polizeiberuf gesprochen und falls der ein oder andere da Interesse hat, wie geht man da am besten vor? Ich bin ja heute hier als Sportler aufgetreten und mit dem Traumjob-Polizist. Ich empfehle jedem, der sich für den Polizeiberuf jetzt schon weiß, dass der Polizeiberuf werden will und jedem, der das noch nicht will, unsere Karriereseite zu besuchen, karriere-polizei.hamburg.de sich dort zu informieren und den Kontakt zu uns zu suchen zu der Einstellungsstelle in Form einer E-Mail oder eines Telefonats. Wir bieten auch eine Hotline an, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, wo man einfach mal anrufen kann und sich informieren kann, was der Polizeiberuf mit sich bringt, was die Erwartungen sind, was die Voraussetzungen sind und einfach mal sich beraten lassen, so ein telefonisches Beratungsgespräch bei der Polizei Hamburg durchzuführen oder wenn man mehr Interesse hat, eine Infoveranstaltung zu besuchen. Wir bieten zweimal die Woche an eine Informationsveranstaltung um 17 Uhr, wo man hinkommen kann und über den Polizeiberuf an sich was erfährt und dann auch erfährt, was die Trennung zwischen Schutzpolizei, Kriminalpolizei und Wasserschutzpolizei, was sind die Unterschiede zwischen Ausbildung und Studium und was bringt der Polizeiberuf mit sich, um später aus der Veranstaltung zu gehen und mit Sicherheit sagen zu können, ich will zur Polizei oder ich will nicht zur Polizei, weil es auch gut ist, weil ich vielleicht feststelle, die Polizei bietet mir nicht das, was ich vielleicht unbedingt möchte, weil ich Kunst studieren will oder Bilder malen will, dann bin ich da vielleicht nicht optimal aufgehoben. Ich sage mal als Beispiel, kann auch alles andere werden oder ich gehe hinterher und sage, super, die Polizei bietet genau das, was ich haben möchte und dann bewerbe ich mich jetzt. Du arbeitest ja auch als Trainer und Coach, wenn jetzt jemand mit dir persönlich in Kontakt treten möchte, wo findet er dich? Genau, er kann mich über meine Internetseite kontaktieren, dimarweimar.de, www.dimarweimar.de Ich muss dazu sagen, die Internetseite ist nicht aktuell, der kann mich über Facebook, Instagram, einfach unter dimarweimar finden und er findet mich an jedem verdammten Sonntag im Zanschen-Dojo. Da biete ich jeden Sonntag Kurse und Privattrainings und Coachings an, da findet man mich an jedem verdammten Sonntag. Okay, hier in Hamburg, all das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, also du brauchst hier nichts mitschreiben und dann dimar, vielen Dank schon mal und du hast, wie jeder Gast hier, das letzte Wort. Wenn du eine Nachricht auf den Smartphones der Menschen da draußen aufpoppen lassen könntest, was steht da drauf? Also ich möchte mich in erster Linie bedanken bei dir, Marc, für die Einleitung heute. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast, den ich mitgemacht habe. Ich danke allen Zuhörern, die heute mitgehört haben, die zahlreiche Fragen gestellt haben, die sich interessiert, gezeigt haben, sowohl an meiner Person als auch an dem Polizeiberuf und ich danke allen, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Diese Folge wurde präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt Performance Food her, also Lebensmittel, die dir bei der Zielerreichung helfen und ein Produkt, das ich gerne nutze, nennt sich Night Mode. Das ist so ein veganer Shake mit viel Protein und noch Ballaststoffen und so einem Nighttime Blend, der dabei helfen soll, schön entspannt einzuschlafen. Was mir daran besonders gut gefällt, ist der gelungene Geschmack. Das ergibt nämlich so einen cremigen Schoko-Kokos-Geschmack. Das ist für ein veganes Produkt mit viel Protein einzigartig. Das Ganze ist zuckerfrei und super schnell zubereitet im Shaker oder ich mache es auch ganz gern bei mir im Standmixer mit Tiefkühlobst und Mandelmilch. Schau einfach mal rüber in den Brain Effect Shop. Du bekommst als Fitness mit Marc Hörer dort 20% Rabatt, wenn du den Code FMM wie Fitness mit Marc 20, also FMM 20, dort beim Checkout eingibst. Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Wir haben noch einen Nachbrenner für alle, die jetzt noch nicht ausgemacht haben und die nächsten Podcasts hören, als kleine Belohnung. Und zwar, Dima, deine beste Anschaffung in den letzten zwölf Monaten, sagen wir mal, die auch nicht so wahnsinnig teuer ist, 100 Euro oder weniger. Was war das? Da fällt mir spontan ein, obwohl ich bin, ich bin Flexitarier, also ich esse nicht regelmäßig Fleisch, ich esse wirklich nur am Wochenende Fleisch und da mein Kumpel mich mehr oder weniger dafür hingedrungen hat, habe ich mir zum Geburtstag einen Beefer gewünscht und den gab es für unter 100 Euro. Der Original-Beefer liegt ja bei 900. Von Broilking vom Bauhaus gab es einen Beefer für, ich glaube, 99 Euro oder was, den habe ich mir gewünscht und ja, das gönne ich mir dann. Also wenn ich Fleisch esse, dann gutes Fleisch, hochwertiges Fleisch vom Schlachter um Dirkern, da gibt es immer schönes Rinderfilet und seitdem, muss ich sagen, genieße ich das noch mehr, das Stück Rinderfilet und das ist in drei Minuten zubereitet. Ihre Seite 60 Sekunden oder maximal 90 Sekunden, ich mag es relativ durch und das war eine super Anschaffung und da schmeckt mir das Fleisch umso mehr am Wochenende, wenn ich gerade nicht irgendwo essen gehe. Und erklär mal kurz, Beefer, was ist das? Also Beefer ist ein Grill, das ist ein Gasgrill, den schließe ich an und der brennt nicht nur von unten, sondern von Beinzeiten, sowohl von unten als auch von oben durch und da werden Temperaturen von bis zu 900 Grad entwickelt, das heißt, das ist wie so ein Backofen, wo 900 Grad drin sind, dann wird das Rinderfilet oder ein Fleisch, das ich mag, was auch in den Beefer gehört, zubereitet, dann schiebe ich das in den Reihen, 60 bis maximal 90 Sekunden, dann wende ich das einmal und dann ist es nach drei Minuten durch und schmeckt wunderbar, ist innerhalb kurzer Zeit zubereitet und wie gesagt, durch die Temperaturen, die da entwickelt wurden, ja, hat natürlich auch die richtige Konsistenz. Außen schön knusprig, kross, innen zart, weich und ja, es tut mir leid für alle Veganer, Vegetarier, die damit jetzt weniger anfangen können, aber für alle, die sich mal ein gutes Stück Fleisch gönnen, ist das genau das richtige Mittel und für unter 100 Euro, um Spaß zu haben und lecker zu essen.